Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tchala und heute bin ich wieder für euch in Battle for S-O-Dot unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich mal wieder um ein Quest-Achievement und das können sowohl die Allianzler als auch die Hordler abschließen und zwar geht es um den Erfolg cleverer Einsatz mechanischen Sprengstoffs und für diesen müssen wir eine Spironit-Bombe gegen den Pilzkönig im Sturmsangental einsetzen. Und wo befindet sich dieser Pilzkönig und zwar auf den Koordinaten 51, 78 und zwar haben wir den hier unten in der Höhle und dazu brauchen wir eine Spironit-Bombe. Wo wir die herkriegen, werde ich euch gleich zeigen. Als erstes machen wir das Achievement kurz und zwar, ganz wichtig, haut den Pilzkönig an und setzt dann diese Spironit-Bombe auf ihn ein und tada, da ploppt das Achievement auf und wir haben es. Das ist der leichte Teil, ja. Sobald ihr quasi einmal die Spironit-Bombe habt, haut ihr erst einfach auf den Pilzkönig drauf. Der ist auch immer da, der ist nicht abhängig von irgendeiner World-Quest oder irgendwas anderem. Der ist easy machbar. So, jetzt lasse ich hier meinen Dings-Char einfach mal sterben, das ist jetzt vollkommen wurscht. Den hauen wir jetzt nicht um, ihr müsst ihn auch übrigens nicht töten. Ich zeige euch jetzt, wo ihr quasi, ja, diese Spironit-Bombe herbekommt. Und zwar braucht ihr nämlich eine Schweinenase. Die haben wir nämlich hier. Jetzt bin ich auf dem Alijar. Und zwar zeige ich euch, wo der Händler ist. In Brenndamm haben wir hier einen Händler, der uns diese Schweinenase verkauft. Wo kriegt ihr die Ressourcen her? Und zwar, ihr braucht hier 25 von dem Zeug hier. Und zwar von diesen Borstenrücken-Stacheln. Und dieses Zeug bekommt ihr wiederum von den Schweinemenschen, die hier sind. Also hier laufen Schweinemenschen, die können die alle droppen. Haut einfach die kompletten Schweinemenschen um. Dann kriegt ihr quasi diese Nasen. Oder diese, ja, diese Borsten. Und die könnt ihr wiederum bei ihm eintauschen. Und wenn ihr die eingetauscht habt, dann könnt ihr das Ding einsetzen. Habt einen Buff, der eine Viertelstunde hält. Und dann lauft ihr mit dem Buff quasi alle Bäume, Sträuche und alles mögliche hier ab. Und dort findet ihr verschiedene Trüffel. Hier haben wir diese ganzen Trüffel. Die haben eigentlich Namen. Also Violetter Trüffel, Magischer Trüffel und so weiter. Bloß bugt das hier gerade und sie werden nicht angezeigt. Also die Achievements, die mit diesen Trüffeln zusammenhängen, sind ein bisschen tricky. Es gibt nämlich zwei Achievements insgesamt. Und zwar gibt es noch ein zweites Trüffeltombola. Da habe ich auch schon ein Video zu gemacht. Da zeige ich auch nochmal ein bisschen, wie das mit dem Suchen funktioniert. Wichtig ist bloß, dass ihr die ganzen Bäume absucht. Und sobald ihr quasi diesen Bombenpilz habt, dann könnt ihr loslegen und einmal hier den Pilzkönig aussuchen. Vielleicht jetzt noch so eine kleine Randinformation. Ich habe jetzt mal hier noch ein Makro. Beziehungsweise, ihr seht, es gibt bestimmte Punkte, wo dieser Pilz quasi auf jeden Fall schon gefunden worden ist. Er kann aber natürlich an allen Bäumen dran sein. Hier bloß nochmal zur Verdeutlichung. Es gibt jetzt hier ein paar Spots. Ich hatte meinen nicht an diesen Punkten gesucht. Ich habe meinen mal H gekauft für 10.000 Gold. Deswegen habe ich es jetzt mit dem Hordenschar gemacht. Da war er ein bisschen günstiger drin. Also wie gesagt, könnt ihr ihn auch im Auktionshaus kaufen, wenn ihr keinen Bock habt. Denn ich habe hier, schauen wir nochmal, Sparonitbombe. Genau, hier quasi 28k würde die hier kosten. Das ist mir ein bisschen zu teuer. Deswegen habe ich es mir für 10k gekauft. Man braucht nämlich etwa, ja, etwa drei, vier Pilze, bis man so ein Ding hat. Also so eine Stunde muss man einrechnen. Und ja, da ist mir 10k mehr geholfen als eine Stunde quasi hier zu farmen. Ich glaube, eine halbe Stunde habe ich insgesamt gefahren, da habe ich es aufgegeben. Vielleicht noch eine kleine Randinformation, die ich jetzt vorher noch geben wollte. Und zwar ist das Ganze so ein bisschen angelehnt an diesen Exploit, der ja damals beim LK war. Da hat man ja mit Saronitbomben den LK First Kill gebackt. Und jetzt hat man quasi mit den Sparonitbomben den Pilzkönig oder im Englischen Lichtking, also hier den Lichtking im Englischen, umgeboxt. Und ja, da sind die namensgebenden Wörter relativ ähnlich. Im Deutschen, leider wegen der Übersetzung, geht es ein bisschen verloren. Ja, das nur so am Rande. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen mehr Glück, müsst euch das Ding nicht mal haarkaufen und lootet das nach ein paar Bäumen hier, euren richtigen Pilz raus. Und wenn ihr beide Chiefs noch braucht, dann solltet ihr erst mal schauen, dass ihr so ein paar Pilze sammelt, so ein paar Trüffel. Und vielleicht kriegt ihr ja den Bombenpilz auch noch gleich mit dazu und dann vielleicht erstens Auktionsauslaufen. Ja, das war es mit dem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Euer Tilla. Bis zum nächsten Mal. Ciao.